Herzlich Willkommen zum Kameratest des OnePlus Note 2. Wir beginnen mit den Videos. Den Anfang macht die Hauptkamera im maximalen Modus und das ist 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Als nächstes der Full HD Modus mit 60 Bildern pro Sekunde. Und dann noch der Full HD Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Und dann noch der Full HD Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Könnt ihr auch mit der Ultra-Weitwinkel Kamera filmen. Bei der Frontgelade. Und dann noch der Latte auf. Und dann noch der Fall. Und dann noch der Fall. Und dann noch der Fall. Bei der Frontkamera gibt es dann leider ein Downgrade. Das erste OnePlus Nord war ja das erste und einzige OnePlus Smartphone, das mit der Frontkamera in 4K filmen konnte. Das wurde leider beim OnePlus Nord 2 wieder gestrichen. Hier beträgt das Maximum Full HD und 30 Bilder pro Sekunde. Für die Frontkamera steht außerdem ein Video-Pokeh-Modus zur Verfügung, der ist jetzt aktiv. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.